Hallo Facebook, hallo YouTube, mein Name ist Freddy Fuchu und ich begrüße euch zu einer neuen Folge Starbound, angefangen mit einem kleinen Special, ihr seht schon, dass ich hier rumrenne, das ist nicht live kommentiert, das ist jetzt quasi im Nachhinein kommentiert, Bäume werden gefällt, denn ich werde gleich einen Zeitraffer starten, indem ich eigentlich zeige, was ich jetzt offline quasi machen wollte, und zwar Berge versetzen, abbauen, wollte ich euch nicht vorenthalten, wird quasi jetzt mit dem Zeitraffer dann beginnen. Ja, eine ganz neue Erfahrung, jetzt quasi mich selbst beim Spielen zu beobachten, weil wie ihr sehen könnt, ist hier einiges, auch hier, hier sieht man gerade, dass da eigentlich ein Meteorit eingeschlagen ist, ein bisschen langsam, was heißt langsam, einfach durch die Geschwindigkeit nicht gut erkennen zu werden, aber das hat mir natürlich noch ein bisschen geholfen, ja, wie ihr seht, der Berg wird abgetragen und zwar wirklich, ja, eine Arbeit insgesamt, mit allem, was ihr sehen werdet, circa zwei Stunden Arbeit, Aber das war ja dann monoton, eintönig und von daher konnte ich das dann auch quasi in Ruhe machen, ohne die ganze Zeit irgendeinen Blödsinn zu erzählen, jetzt wird es natürlich etwas dunkel, soll uns aber alles nicht unbedingt aufhalten. Ja, also mir, ich muss ganz ehrlich sagen, es war so ein bisschen monoton, aber auch irgendwie beruhigend, deswegen, es gehört ja natürlich letztendlich zu dem Spiel dazu, das Ganze zu machen, ja, und ja, jetzt haben wir natürlich Ormas an Cobblestone und Dirt, also genug Erde, um hier auch gewisse Höhlen auszufüllen, oder halt auch einfach Täler oder Schluchten, was auch, will ich nicht vorgreifen, aber wird auch passieren, einiges, einiges vorgekommen und natürlich Rohstoffe gibt es auch Ormas, da kann man nichts sagen, ja, und es rennt und es rennt und es rennt und das alles für unsere doch so tolle Baumplantage und zack, ja, ist das schon quasi der erste Baum weg und hier kommt der nächste Teil, jetzt auch wieder hell, ja, da bin ich mal kurz verreckt, ja, da seht ihr schon mal, wie weit eigentlich unsere Baumplantage ist, also es ist schon Ormas geworden und das geht immer weiter, ich habe auch schon mal dann offline, als ich dann quasi fertig war mit den ganzen Bergen und dem einen Tal, bin ich dann, wollte ich mal gucken, wie groß ist eigentlich der Planet und ich habe es noch nicht geschafft, ihn zu umrunden, also da ist ein bisschen was aufgetaucht, was ich vielleicht später mal zeigen möchte, aber sonst, ja, ein Ende ist noch nicht in Sicht, ich bin natürlich relativ weit nach rechts schon gekommen mit der Baumplantage und habe mir dann gedacht, als ich dann wieder verreckt bin, komm, jetzt gehst du mal links und gehst einfach weiter, bis du auf die Plantage triffst, wie gesagt, ich habe es nicht geschafft, bin da natürlich dann auch nochmal verreckt, tja, was soll man da sagen, so geht es, so passiert es, ja, ja, aber wir brauchen das, wir brauchen diese riesige Plantage, ihr seht ja schon wieder, es wird wieder dunkel, Tag und Nacht habe ich geschafft, nur für euch, um diese beeindruckenden Berge dann doch plan zu machen, ja, und man, ja, man kann es auch nicht einfach mal so in Ruhe machen, nee, man wird die ganze Zeit noch gestört von böswilligen Flugungeheuern, aber kurzer Prozess und zack, sind wir auch schon fast wieder diesen Berg los, Wahnsinn, wie schnell das eigentlich geht, wenn man sich das dann so beobachtet und wie viel Zeit man eigentlich, man investiert hat, ja, da war er, da war einer dieser großen Monster, Peter, ja, der wird jetzt gleich vernichtet, ich bin ja eigentlich schon recht gut ausgerüstet, er wird niedergeschossen und fertig ist es, aber die Waffe, die ich da bekommen habe, ist so eine Sichel, die war nix, so hat es sich dann leider nicht gelohnt, ein Leben genommen für nichts und wieder nichts, schade, Peter wird mich hassen, ist immer die Frage, wenn ich Tiere hier so einfach abmurkse, bin ich da eigentlich schon auf der Gefährdung von Peter, Peter hat ja mal ein Spiel von, nicht von, sondern auf MySpace mal boykottiert, ich glaube Dog Wars und Cat Wars hieß das, weil letztendlich man ja Tiere gegeneinander antreten lassen hat, okay, wo fängt Tierschutz an, wo hört er auf, natürlich ist echt eine gute Frage, hast du, wie fange ich das an, also man kann natürlich auch sagen, was ist denn eigentlich mit Ameisen und Spinnen und sowas, ja, Fischer ja auch schon, er, klar, da macht Greenpeace viel, aber auch Peter ist da, da hinterher, aber wo fängt es an, wo hört es auf, das ist wirklich da eine gute Frage, ja, hier seht ihr, wie ich gerade die Schlucht fülle, da geht es dann auch schon so langsam zu Ende, das hat echt, wie gesagt, über zwei Stunden das Ganze gedauert, aber dafür haben wir dann doch eine riesige Plantage, die wächst und gedeiht, ja, und irgendwann, vielleicht ist auch mich dann halt einfach die Lust, und dann habe ich gesagt, na komm, jetzt reicht es und da bin ich gestorben und das war das Special und dann geht es jetzt weiter mit der Folge. Ja, und hier sind wir dann quasi in der neuen Aufnahmesession zu Starbound, ihr fällt auf, oder es fällt auf, dass hier natürlich ein anderer Planet ist, ich bin noch ein bisschen weitergereist, habe auch rausgefunden, dass das Plutonium, was ich hatte, natürlich für den Tank gut zu brauchen ist und zack, ist er fast voll, ja, habe auch hier, die habe ich endlich mal gefunden, ich finde die Bäume geil, aber leider kann man die ja nicht anpflanzen und habe mir nochmal diesen All-Seeing-Helmet, der ein bisschen doof aussieht, aber ich zeige es natürlich mal, so sehe ich damit aus und ich habe einen Cape, ja, sieht komisch aus, das war's, es geht immer noch nichts über meinen Top Hat, über meinen Schaboklack, da kann man nichts machen und eine neue Waffe habe ich natürlich auch, so, wo befinden wir uns denn? Ah ja, im Alpha-Sektor, da wollen wir aber dann natürlich nicht hin, wir, im X-Sektor sind wir natürlich immer noch ein bisschen unbeholfen, aber was soll's, was haben wir denn hier? Volcanic, Level 7, Level 6, gehen wir mal lieber auf Level 6, Level 7 ist ja momentan noch nicht so unser Freund, da müssen wir noch ein bisschen weiterkommen, sehe gerade, ich habe auch relativ viel an, helft mir, an Pixeln, ja, Eggisold weiß ich jetzt, muss ich finden, bam, oh, das hier kann ich jetzt auch bauen, fand ich auch ganz nett, da finden wir bestimmt noch mehr, oh, da sehe ich gerade, dass man auch Hearted Monster playt, okay, ja, hat irgendwie was mit den Eisen, das hier könnte ich eigentlich, eigentlich könnte ich doch mal hier das Skyrail das da bauen, 30 mal Duralstahl, wenn wir schon hier am rumfliegen sind, Duralstahl war natürlich, aus Titanium und Eisen, so, Titanium muss ich natürlich erst mal, na, du kommst raus, erst mal wieder zu, sag, wie viel, wie viel brauche ich für die Skyrail, man sollte sich natürlich auch merken, was man alles hier so bauen soll, falsch, ein zweiter hier hin, so, 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 oh, schon wieder sowas, ich wollte es mir doch abgewöhnen, hier, 30, alles klar, wie viel haben wir schon, 23, das geht doch schnell, eigentlich schon geil, wie viel Titanium wir haben, also auf den Planeten, im X-Sektor, es ist Wahnsinn, wie viele, auch, das habe ich euch auch noch nicht gezeigt, 200 Diamond Ores, also schon, schon krass, wie viel wir da bekommen, halt, nein, hier hin, ich kann mich noch nicht genau merken, wo was ist, so, Duralstahl, 30 Stück, 24, schlecht, achso, so, weil ich auch nur 24 Kupfer wasche, äh, ähm, Dings hab, aber he, ich hab mir ja langsam mal ein Vorrat angelegt, jetzt passt das, so, das will ich aber auch mal hier rein, denn das Holz brauche ich einfach immer und immer wieder für die Kohle, auch wenn wir jetzt eigentlich schon das Uranium haben, so, wieder, verzeiht's mir, verzeiht's mir, mal komm her, wir brauchen noch mal 6 Stück, so, passt, und jetzt diese Blueprint, alles klar, craft, kann der Spunde sich auch später selbst nochmal craften, da hat zwar mehr genug, so, jetzt darf ich auch diese Skyrail machen, erinnert mich dann doch ein bisschen an Bioshock Infinity, auch ein sehr geiles Spiel, durchgespielt, ach, hat das Laune gemacht, Blödsinn, naja, erstes Mal soweit, so gut, mal crafting table auf, ne, wo waren sie, da sind sie, zack, so, mal das, und können wir, ach, da, genau, wie viel können wir daraus machen, 34, sehr gut, Bäume, da kommen, lassen wir sie drin, ist ja washed, oh, mein Drill, was ich mir mitnehme, ist natürlich ein bisschen Kupfer, so, du kannst wieder da rein, das heißt auch, Titanium Bar kommt wieder da rein, ach so, ja, okay, das kommt auch wieder da rein, ach, das hier freut mich natürlich auch hier, also Wahnsinn, was wir da schon alles, schon zusammengesammelt haben, die Kohle, die kommt, ich nehme sie mal mit für Fackeln, ich nehme sie mit, ja, hier, ach ja, so, das kommt mal hier rein, schöne Bäume, wie gesagt, ich hätte gern diese Augenbäume, auch zum Pflanzen, das geht aber leider nicht, gut, machen wir uns auf, zum, Tim, auf diesen neuen Planeten, wo wir wahrscheinlich auch wieder ziemlich schnell verrecken werden, so, mal ordentlich hier hinsetzen, ach, was denn das für ein schöner Baum, alles, was anders aussieht, muss natürlich auf die Baumplantage, wir haben ja Platz, oh, oh, ja, genau, so geht das, ich habe zwar jetzt wirklich eine sehr starke Waffe, okay, für hier langt's, okay, steht wie auch, na, kleinen Moment, da habe ich was gesehen, aktivieren, so, ach ja, nee, also, es ist Wahnsinn, im X-Sektor, wie viel Rohstoffe da überall rum, geilen, das ist natürlich schon der Hammer, und schon wieder Platinum, das kann ich da nicht liegen lassen, auch wenn es in diesem Stein ist, zack, also, ihr seht's ja selbst, also, es ist der Hammer, so macht es doch Spaß, so macht es doch Spaß, ach ja, tot, ich habe das Gold gesehen, aber wir brauchen es ja nicht, gut, ja, hab das gesehen, fuck ich meinte Mist es ist Wahnsinn gut es waren jetzt zwei Schüsse auf einmal aber trotzdem diese Viecher hier ich hätte mich weiter ja so geht das hier im X-Sektor ab, da haben wir echt wenig bis kaum Chancen auch wenn meine Waffe echt der Hammer ist, ich habe auch schon was gefunden, schon mal bereitgelegt für den Kumpanen jetzt gehen wir einfach mal da links ja, das passiert hier im X-Sektor noch oft genug, bis ich halt auch mal dieses Aegis Salt ich glaube da ist das, ich glaube da finden wir unser erstes ja, oder? ja, geil ja, davon brauchen wir jetzt ein bisschen was aber immerhin mal das erste gefunden ich meine wir tragen hier Platin-Rüstung die Aegis Salt-Rüstung sieht natürlich aus wie immer auch bei den Avian-Tempeln die ganzen gerade auf unserer Baumplantage gibt es einen habe ich kurz auch nicht wirklich erwähnt also angedeutet im Zeitraffer ja, da laufen die echt mit dieser Aegis Salt-Rüstung rum und warum kriegen wir die nicht, wenn wir sie töten naja ja ja, man sieht, man fängt schon an so ein bisschen zu schlappen nicht alles Gold geht mit aber uns geht es hier drum um noch weitere Rüstungen aufzubauen das ist super also ich muss ganz ehrlich sagen oder ich sage es schon immer die ganze Zeit also diese ganzen Rohstoffe, die kann man einfach nicht liegen lassen die müssen mit wenn es gerade Platinum und alles ist es hilft ja es ist ja auch fürs Team es hilft ja auch meinem Kameraden dann weiter gerade wenn wir dann die ganzen Boss-Fights zusammen machen nichts darf mich berühren aber schön, schön, dass wir jetzt auch endlich dieses ich frage mich, ob ich das richtig ausspreche wahrscheinlich kräuseln sich jedes Mal Leute vor Lachen wow wow, 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 wow wow, wow, wow hier ist diese ach meine Fresse ja, und Diamant, Diamant, Diamant also da kann man sich auch nicht mehr beschweren Diamant ist echt oh, machst du jetzt im Inventar wow Kupfer, Kupfer ist mittlerweile einfach mein Reparaturstoff geworden Silber ja, kommt mit nehmen wir alles so ich vergesse immer mich zu heilen ich mach's nicht gerne heilen ist was für Pussis und deswegen sind wir jetzt mal einer damit ich nicht alle Leute aufwägen Pluto ne, er geht's oh fuck sehr geil ach ja ja, ja, ja das ist es wahr ich liebe den X-Sektor auch wenn er ziemlich hart ist ich liebe ihn hier gibt's noch anständig und tschüss ich geh auch nicht mehr so gerne in die Tiefe obwohl ich eigentlich für unser Haus für unser Haus so einen bestimmten Stein suche den hab ich ja mal im Wahn einfach weggeschmissen im Aufräum waren sehr schade aber okay ist halt so ja wie verschüttete Milch er bringt nix da nachzuheulen diesen weißen schönen Stein ich finde der sieht einfach schön aus und den hätte ich gerne für unser Haus und daher muss ich mich irgendwann auch nochmal auf die Suche nach dem begeben ich weiß halt nicht ob ich das dann online machen möchte wer aber eigentlich hm also so fast gerade Ebenen sind ja dafür berüchtigt dass gleich irgendwas auftaucht ach Platinum würde ich doch nur in der Realität so viel finden ach das wäre schön nein böse ja ihr habt ja recht danke danke dass ihr es mitgeteilt habt ja und Diamanten kann man auch einfach nicht liegen lassen die müssen mit ich denke mal bald müssen wir auch uns eine diamantene Rüstung bauen und von daher ist das alles natürlich nicht verkehrt das einfach mal hier mitzunehmen wenn es ja auch so bereitwillig quasi direkt vor unseren Füßen liegt wir müssen nicht in die Tiefen gehen um so viele Diamanten zu finden sie sind ja auch außer für jetzt hier für den Drill da hatte ich ja riesenglück aber auch für die Spitzhacke sonst für nichts relevant und von daher alles halb so wild den Baum nehmen wir natürlich mit keine Sorge ich habe ihn nicht übersehen ich finde die hübsch ich erinnere mich an diese japanischen Bäume müssen noch so ein bisschen mehr gekreuzigt sein geschwungen und zack ach unsere Baumdarmplantage ich liebe sie wenn man es gerade sagt sollte man das auch tun kommt mit ja mit dem Schwunde wir haben ja viel miteinander zu tun und wir haben noch anderes zu tun und daher ist die Zeit momentan recht knapp also für ihn auch da muss man sich immer entscheiden was man halt gerade macht ich weiß nicht ich weiß nicht ich habe noch viel kein Risiko eingehen so zack ah Platino ah Plutonium Uranium auch gut alles für den Tank alles für das Schiff ach ist natürlich klar ich greife dem Schwunde schon vieles vor aber mein Gott so ist es halt ja ich möchte halt auch weiterspielen und so muss es gehen und so geht's scheiße das hätte ich doch wissen und ich meinte Milchschnitte nicht das doofe gemeine Wort naja 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 gehen wir wieder nach rechts obwohl wie viel haben wir denn jetzt schon an Eggis Salt wie viel haben wir denn schon wenn ich es doch nur sehen würde Uranium können wir naja naja komm mal ein bisschen Platz schaffen hier 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 da es ist direkt nebendran klar dann kann ich es natürlich nicht sehen das hier interessiert mich natürlich auch was wir damit noch bauen können ich hab's einfach aber das war's auch so na dann ab so schnell geht's wir brauchen eigentlich dann schon eine zweite Box für Metalle etc aber hier ist überall irgendwas drin packe ich sie hier rein komm Uran das da die zwei das gold habe ich liegen lassen sonst keine special Sachen okay gold 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 so okay 22 20 was hier schauen wir mal na komm runter mit dir ja nehmen wir erstmal den Helm weil den Helm sieht man ja so oder so nicht so was haben wir 110 116 na das ist doch was das ist doch was da kann man sich nicht beschweren Pirate Code wie sieht das eigentlich aus ach komm ab ne Mülle mit es muss ja auch mal was Neues her ich kann nicht die ganze Zeit immer in derselben Kluft da rumrennen so Eggesalt äh wo hab ich's hin hier in die Eisbüchs so okay hey du kommst da hin so 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 okay sind wir schon mal ein bisschen besser gewappnet ach ja geile Technik dieser Bubble kann man nichts anderes sagen ich wollte schon sagen will der nix von mir aber er will natürlich was von mir Gold Gold wir lieben alle Gold so sehr und Platinum liebe ich natürlich noch mehr na komm so ach so 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 man gewöhnt's dir endlich wieder boah also das mit dem Bergabtragen ja das hat natürlich auch einiges an Rohstoffen gebracht so blöd ist das gar nicht ist natürlich schon so eine gewisse Zeitverschwendung will ich jetzt nicht sagen aber im Prinzip ist es so aber dafür haben wir uns gut aufstocken können und Uranium ist genauso gut Timber oh 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 Wahnsinn kann ich echt nicht beschweren. Das ist ein cooler Planet, da gibt es ja mal endlich ein bisschen was. Nein, wir haben schon tausend Planeten mit super Rohstoffen gefunden. Und den nehmen wir mit. Ich sehe auch schon, die Zeit läuft. Ui, was haben wir denn hier? Hallo? Was haben wir hier? Eine Wurf-Axt brauchen wir nicht. Der war ja uns freundlich gesonnen. Von daher darf er leben. Hat auch... Ach, ist das nur für eine alte Rüstung an? Wir brauchen Gegner, keine Opfer. So ist es und so wird es auch sein. Ach ja. Habe ich das erwähnt? Ich habe es erwähnt. Da kann er sich echt nicht beschweren. Ne, der ist ja uns nicht feindlich gesonnen. und Platinum, wie gesagt, kann ich nicht einfach im Boden liegen lassen. Wir werden wahrscheinlich noch viel davon brauchen. Und dieses eine Diamant nehme ich natürlich auch mit. Komm, 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 sehr gut. Und... Uh. Karotten. Ach komm. Ach ja, ach ja, ach ja, ach ja. Aber ich glaube, mehr verbirgt sich nicht hinter diesem Planeten als doch diese reiche Rohstoff-Ansammlung, die ich aber auch schon auf anderen Planeten hatte. Und außerdem möchte ich beim nächsten Planeten dann auf Vulcanic gehen. Von daher so noch alles hier mit, wenn es doch schon so bereitwillig da steht. Hat mich schon nicht gesehen. So. Ach ja. Gerade wenn es halt einfach nur in Erde verpackt ist, das ganze Zeug. Oh, guck mal, wie schnell wir da an Materialien sind. Und da ist ein Gegner. Ui. Das war knapp. Cell Materia. Ich weiß auch noch nicht genau, was ich damit anfangen soll. Aber wir haben's. Und das ist das, was zählt. Und wir nehmen mit, was mitzunehmen ist. Und der Volkani-Planet wird unser nächstes Ziel sein. So, noch das. Ich baue noch das Uran ab. Oder das Ganze, was wir hier gerade sehen. Und dann ist die Folge auch beendet. Gut. Na komm her. So. Kann ja überall nicht Nein sagen. So. Ich bedanke mich, dass ihr zugeschaut habt. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge. Und bis dahin macht's gut. Tschüss. Dank des Zeitraffers konntet ihr jetzt nun sehen, was für Berge ich versetzt habe. Und ein Tal habe ich dazu auch noch gefüllt. Ja, unsere Plantage wächst. Und Bäume müssen wir natürlich auch noch einige finden. Hoffentlich wird niemals dieser Planet geweibt. Ja, gleich sind wir auf zum X-Sektor. Zum Farmen. Richtig geil. Die ganzen Planeten voll damit. Direkt an der Oberfläche. Aber natürlich ganz hartes Pflaster. Und in den kommenden Folgen werdet ihr auch sehen, warum. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge. Und bis dahin macht's gut.